Sammeln Sie Veränderungen. Wie atmen Sie? Rollen Sie den Kopf nach rechts und links. Ist das angenehmer als sonst? Stellen Sie die Beine auf. Nehmen Sie die kleinen, feinen Fußbewegungen noch einmal auf. Heben Sie die unterschiedlichen Teile Ihrer Füße. Seien Sie erfinderisch. Es braucht dazu kein System und auch keine besondere Anleitung. Sie brauchen nur Ihre Erinnerung, um diese Bewegungen und das Empfinden dafür wachzurufen. Heben Sie den rechten Fuß innen Rand und gleichzeitig den linken Fuß außen Rand und umgekehrt. Ihre Füße werden hin und her rollen, beide in dieselbe Richtung. Die Knie fühlen sich hoffentlich eingeladen und pendeln von Seite zu Seite. Das Becken rollt. Eine Drehbewegung entsteht. Lassen Sie Ihren Kopf so rollen, wie es im Moment am angenehmsten ist. Jetzt brauchen Sie auch nicht mehr viel zu denken oder sich auf Details zu konzentrieren. Genießen Sie die Bewegung.